hallo herz willkommen zu einem neuen video heute spielen wir mal wieder mein gott und wir sind hier auf unserem server natürlich mit home call 28 ton wir haben ich bin schon sieben mal gestorben alter wer war das wer hat damals christentür gespielt naja was ich euch zeigen wollte ist ich mache schäler das ist ein bisschen aussieht ja so ja wenn ihr fragen habt schreibt die kommentare ihr dürft mich hobbylos alles mögliche nennen naja es ist verrückt ja habe ich schon gezeigt aber egal naja wir haben extra zwei bieten beziehungsweise ich also auto hat mir ganz heiß ein bisschen also er hat mir ihr habt hier diese ecke ich habe gereist und die ich eigentlich da haben wollte aber das habe ich selber macht also ihr könnt mal wissen also ihr könnt mal abschätzen wie lange ist dort eben wie soll ich sagen ich sage euch im nächsten video wie lang es gedeutet aber ich möchte den boden rausreißen neuen einfügen noch tiny lips go Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe gar kein Holz mehr und darum ist mir erstmal Holzfarm und dazu gibt es keinen Teil mehr. Jetzt habe ich aber wie du geholst. Okay, jetzt müssen wir alles zum Strip-Spoos-Wood-Oak-Ding-Slippumse machen. Also das ganze Fischenholz zum Strip-Fischenholz zu machen ist auf jeden Fall einmal abgehakt. Aber da wir jetzt halt noch kein Holz mehr haben, müssen wir Holzfarm ohne Teil wieder. Doch zuerst müssen wir unsere Tools reparieren. Okay, das war es auch vom Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal und jetzt noch viel... Tschüss.